Zum zweiten Mal in Folge findet auf dem Marktplatz im Rahmen des DOC-Festivals die Ausstellung DOC Neuland statt. Wie schon im letzten Jahr werden hier interaktive Arbeiten vorgestellt. Wir haben uns mit Johannes Pelker getroffen, um mehr über die Ausstellung zu erfahren. Wir haben jetzt sechs Exponate drin von Webdokumentationen über Scrolling Graphic Novel. Das heißt, auf dem iPad schiebt man endlos einen Webcomic Strip durch. Wir haben jetzt zwei Virtuality Experiences und dazu noch zwei 360-Grad-Filme. Man setzt diese Brille auf und dadurch, dass das Sichtfeld sehr nah an den Augen dran ist, ist man in diesem Raum. Man vergisst wirklich, dass man gerade auf einem Stuhl sitzt und eigentlich in der Ausstellung sitzt. Also wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte auf jeden Fall unbedingt hierher kommen.